Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute eine Garnitur von Willi Schilik namens 17150 als zweiteilige Ecke mit Hebebettauszug in Leder Z6950 Cognac. Nun, straffe Polsterung, klares Design, brauchen wir nicht drüber reden. Hier auch ein sehr guter Sitzkomfort mit Federkern im Sitz, ein Longlife Leder ist hier drauf, vielleicht meliert, sehr fein, sehr nett gemacht und hier haben Sie die Möglichkeit, die Garnitur mit Feinrasterkopfstützen auszustatten, dann haben Sie natürlich auch noch Hochlehnenkomfort. Alles nur positiv, hier ist noch ein Hebebett integriert, also Sie können das hier aussehen, ich habe hier jetzt nicht den Platz und dann haben Sie natürlich Launching pur, dann ist das eine Fläche und Sie haben auch noch die Überlastungsmöglichkeit für zwei Personen. Personen, hm, gegen die Garnitur spricht der hohe Preis bei Willi Schilik, gegen die Garnitur spricht Leder, wenn Sie kein Leder mögen, gegen die Garnitur spricht, ja, Sie haben Launching Tiefe, Sie haben alles, was Sie brauchen, mir fällt nichts mehr ein. Advertising bei profi-schnapp.de im Netz oder in Empfingen finden Sie gerade ein Hausmeseschnäppchen, nämlich dieses hier zum absoluten Sparpreis. Profi-schnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markensofas, Online unter profi-schnapp.de oder live in 72186 Empfingen, 50 Kilometer südlich Stuttgart an der Bodensee-Autobahn. Und da begrüße ich Sie, wenn Sie mich besuchen kommen. Wäre nett, Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt. Und da, Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.